so dann wollen wir kann sein dass es die vorletzte runde ist wie lange dauert denn eigentlich so eine runde doch wie geht halbvoll halbvoll oder halbvoll wo sind die? hier ne 4 sind die nicht da ja ja bis gleich da sind die wieder in der mutterblase und zack alkohol so was sagt man aber nicht was denn? ja 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 ich bin auch geil in der mutterblase? hm warum nicht? wenn sie sich da verstecken tun hoffen auf unterstützung von mama ja geil schon boah du hast 39 punkte leon bei dir läuft auch langsam ich hatte mal irgendwas mit über 500 und mehr weil danach wurde es leider inaktiv die schulzeit und dann habe ich mit meinen freunden gespielt und dann ja in der woche zocke ich jetzt auch gar nicht mehr also wegen schule konzentrieren müssen ja oh mein gott gibt es gerade hier ein bisschen ist auch finde ich das beste was man machen kann ich habe gerade eine streak hier am laufen ja cod spieler würden jetzt sagen äh 11 vor nuklear aber sowas gibt es ja nicht es gibt hier kampf äh kampfmeister ja aber kampfmeister ist äh nicht vergleichbar mit uns weil ein kampfmeister brauchst du 25 kills aber du darfst sterben aber du darfst ja ja du darfst du darfst wusser ich mache dich ich mach noch du auch du 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 Oh, die kommen von da drinnen. Ich schaffst die, die kommen von da drinnen. Ist irgendwo in die nicht, habe ich sie nicht gesehen, wenn die da drinnen rumdümpeln. Und jetzt sind die auf einmal wieder oben, hab ich mir jetzt hinter denen verbracht. Wo willst du? Scheiße, erstmal kurz hier raus. Yo, 30-0 Leon, was sagst du dazu? Nicht schlecht, mein Freund. Ein nach dem anderen. Mein Name ist Helm. Davon, ihr keine Ahnung. Ja, einfach nur Gegner töten, davon hast du aber ja Ahnung. Ja, aber ob, sag ich jetzt mal, 100+, ja, ich weiß aber nicht. Helm-Pickup ist in der Höhle. Ein Helm-Pickup ist in der Höhle, Leon. Wie komme ich da gar nicht hin? Ich komme da nicht hin. Scheiße. Ich bin tot. 36, nur nur tot. Oh ne. Oh, Helm-Pickup vor mir. Helm-Pickup vor mir. Es ist weg. Es ist weg. Genau, weggespawned. Und jetzt ist es da. Es ist da. Warum weg das so? Oh, ich hab's. Oh, ich hab's. Das ist weg. Es ist wieder da, das Wort, weißt du? So, Paz ist ein Lärchen, hat sich gut verteilt. Wir tun mal was wir, wir schauen mal was wir können. Ey, guck dir das mal an. Ich hab 36 Kills, ne? Und die anderen haben so neun Kills, sechs Kills, acht Kills, keiner hat über zehn Kills und ich hab 36. Ich weiß nicht. Nein, ich mein, ich mein allgemein, alle Gegner, alle Leute. Alle vierzig Spieler. Ich bin der einzige, der zweistellig ist. Oh, Leon, das sieht gut aus. Ah, scheiß Droide, zieht mir wieder 28%. 36,1. Hä, du hast 53 Zuschauer? Nein. Steht der doch da oben, bei der Anzeige, oder? Ja, das ist verbaggt. Das ist verbaggt. Das heißt, wenn du irgendwann mal die... Wenn du irgendwann so hohe Zuschauer hast, so 60 Zuschauer, dann geht es nicht mal runter. Das zeigt immer das höchste an, was ich es einmal hatte. 54 war das höchste? Heute, ja. Ich guck dir mal über den Live von der Playstation zu. Ja. Ist besser. Ich muss mir mal ein bisschen grad konzentrieren. Ist halt leer, weißt du. Nein, noch nie. Schon wieder ein Droide? Schon wieder... ...viele, viele Prozente verloren. Ja. Ja. Herrschick neue Map. Ja, ist die neue Map. Ja, ist die neue Map. Die ich grad spiegeln ist... 22. Ist die neue Map. Oh Gott, geht das hier ab, ey. Das ist ja scheiße, ich hätte für zweimal. Ja. Dann machst du halt auch stumm. Mein Dings. Mein da ist schön. Aber wie schuldig du da auch so sitzt, ey. Geil. Oh mein Gott, wenn man sich selbst hört, Alter. Wie schuldig ist das denn? Deswegen hab ich auch Zuschauer verloren wegen deiner Stimme. Wie er nur am Lügen ist. Hehehehe. So. Ich guck mal aus der Höhe, guck dir das an. Ich guck mal aus der Höhe. Nein, bitte nicht. Das gibt's nicht, ne? Der eine ist entkommen. Leon, ich sag dir kurz meinen Score. Oh mein... Wo denn? Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab 60-2 Leon. Wie lang geht die Runde? Warte, ich zeig mal, wenn er 60-2 anzeigt. 60-2. Ich hätt das mal ein bisschen länger gedrückt. Boah, ich brauch wieder so ein Pickup. Chalala. Chalala. 60-2. Schluck auf. For the win. Jetzt zeigt er es erst an mit 60-2. Schon wieder ein Droide. Die Droide sind so nervig. Ich denke ein Astro. Ah, 40. Ja, Mann. Scheiße. Der höchste hat glaube ich 17 Kills oder was der Name. Ja genau, 17 hat der höchste, also zweithöchste. Ey, hier war da noch einer, oder? Ja, wusste ich doch. Mein Instinkt. Muss mal sowieso ein bisschen reinlaufen. Ich will aber meine höchsten Kills hier machen. Bisschen. Ziel vor. Scheiße, da hinten war noch einer. Ja, so richtig reinlaufen kann ich nicht. So richtig reinlaufen kann ich nicht. So richtig reinlaufen kann ich nicht. Ich kenne mir gerade so auf, dass ich auf der neuen Map noch 100 Plus gehabt habe. Ich weiß nicht, ob das schon einer jemand gemacht hat auf YouTube. Sag ich mal gucken? Ja, 100 Plus auch. Überleben auf Endor. Aber ich weiß nicht, ob ich die auf Englisch heißt. Ah, eine Danache trübt mich. Eine Random Name von Öko. Oh. Du spielst nur noch mal, aber da explodiert irgendwas. Du bist einfach tot. Du kannst nichts dafür. Ich will mal sterben, wenn ich was dafür kann. Ich hab mal eingegeben, 100 Plus neue Map Battle Turnt. Ich glaub, das schreiben die nicht ein. So schreiben die das bestimmt nicht ein. Der ATSD hat mich getötet. Och ne. Mein Team wird bestimmt das ATSD nicht zerstören. Da ist ein Handpickup. Da ist ein Handpickup. Mitten beim AT... AT... Nein! TeamMate hat's genommen und der Gegner hat den nicht... Oh, Scheiße. Unbucky. Der nervt, Alter. Der M8 hier ist die. Der kriegt erstmal ein Thermal in Flora ab. Mann, ey. Wie viel Pech. Vielleicht tut mich der Bot. Der Scheiß-ATSC, ey, ne. Max the Man. 1516er ist. Ich will ja nicht sagen, dass ich in dem Spiel gut wäre, oder wie auch immer. Aber manche, die dich nicht killen, die sehen auch manchmal echt schlecht aus. Die haben auch echt kein Move mehr. Die haben nichts, ey. Die haben gar nichts mehr an dieser Lobby. Ja, manchmal erwischst du halt solche Lobbys, ne. Das ist halt in Star Wars bisschen höher, die Chance, als in COD. Weil in COD wird halt fast nur Betrayer haben, weißt. Das ist ja auch ein Ding auch. Das ist ja auch ein Ding auch. Oh Mann! Das wäre mein erstes, allererstes 100 bloß auf dieser Map. Was soll denn? Das war's für die ganze 2-in-Werte Flora? Das ist ja auch für die ganze 2-in-Werte Flora. In 4-in-Werte Flora. Die neue Slora. Das ist ja so. Die neue Plansion. Der ist das Werte. Der their magten. Der will ja seinrebbefl�ert. Der kann auch als ob der Team nicht bearbeiten. Das gibt es nicht, ne, 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 das gibt es nicht, er schlägt mich, er schlägt mich, hast du noch keinen 100 plus dort, ne, ich bin nicht so gut in dem Spiel, nein, du hast erlaubt, boah, der eine fliegt weg, hast du ja nur 200 plus und so, ne, aber ist ja nicht so gut, ne, ich hoffe, dass AT-AT wird nicht so gut zerstört, boah, hier erstmal, hier erstmal ein Thermal in vorein, zack, Preusser hat aber nicht so viel getötet, ich werde angeschossen, boah, ich lebe noch, boah, der schießt noch nicht, ne, der war es nicht, boah, ich sehe gar nichts, oh mein Gott sterb doch, bitte, das hat ein nervener Spawn Protection von da unten, so 97,8 Leute, 97,8, das wird gleich noch 100 plus, oh mein Gott, ich hätte mich das AT-AT nicht getötet, diese random grenades, dann würde es viel cooler aussäen, wo sind die Gegners, da, ja, ich sehe einen, ich weiß nicht, ich habe die Beta, paar Runden gespielt, aber es hat mir irgendwie nicht so gefallen, so, noch ein Kill Leon, dann habe ich ihn in der Größe, dann habe ich ihn in der Größe, der eine, aber ich kann ja eigentlich töten, jetzt schafft er es nicht, jetzt, da ist er, ja, ich habe schon 100 plus, ich gehe mal, ich gehe mal auf mehr, könnte sein, dass es das erste 100 plus ist, Weltpremiere, weiß noch nicht, muss erst mal auf YouTube kommen, ach, sind wir erstes 100 plus, du erzählst schon wieder zu viel, das erste 100 plus auf dieser Mableon, ehrlich, die Map ist seit Dienstag draußen, ach so, also seit gestern, gestern kein 100 plus geschafft, gestern nur 99 kills, 99 kills, ja, ehrlich, dann war die Runde zu Ende, der Stream konnte auch nicht mehr, der Bot tötet nicht, 138 kills, bashen, okay, ich hoffe, ich habe meinen Rekord zu brechen, 138 kills, ich kriege keinen Handpickup, ein Handpickup ist so easy, du schaffst auch mehr, und deshalb wäre ich ja sogar negativ zu werden, was ist denn hier, ja, mein teammate, mein teammate läuft einfach normal, wird nicht angeschossen, ich hoffe, danke, nein, nein, ich kann gerade nicht, ich darf bei den Gegnern, oh mein Quatsch ist das wieder, stirbt doch bitte, hier einfach nur mehr geht rein, Feuer, ne, du, 117 kills, kann man auch da oben haben, zu kammeln, was, wie schnell bin ich denn down, 137, nur, wie toll, wie toll ist das Spiel noch so, was denn, wie toll ist das jetzt noch so, ähm, 35 Euro, glaube ich, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, also, nicht mehr kann, wenn ich weiß, ne, meiner Meinung nach ja, aber, du musst es halt ein bisschen machen, es macht halt richtig viel Spaß, siehst ja, wie ich hier, du bist ja auch nicht schlecht eigentlich, in deinem Spiel, in den Shooter Games, du bist eigentlich auch wieder kurz, sterbisch, ich habe nur zwei Nublias im B3 gemacht, oh, ey, ich komme nicht mehr dahin, weil die da, in der Reihe stehen, jetzt bin ich fünfmal hintereinander, ich hatte auch nur zwei Nublias, ja, das geht nicht, wir haben nur Nublias, nein, ich meine ja, im B3, weißt du, hey, du wirst es mir nicht glauben, weh, du tötest mich, mach doch die Scheiße, oh mein Gott, das war knapp, er hat das nicht genommen, er hat das zuerst nicht genommen und diesen Scheiß ging es nicht eingesetzt, oh, am PC 100 Plus gemacht, ja, das ist nice, ja, das ist ja nicht mein erstes 100 Plus Leute, aber das ist mein erstes 100 Plus auf dieser Map, ich wollte das unbedingt erreichen, aber die Runde ist recht zu Ende, dass ich jetzt hier ja nicht mehr an mein Rekord brechen kann, ich komme schon schnell zu den Gegnern reinlaufen, nur so früh habe ich ja auch immer hier, oh mein Gott, oh mein Gott, warte, oh mein Gott, wo von hinten? Verdammt, oh mein Gott, oh mein Gott, in dieser Runde wäre so viel mehr drin gewesen, aber meine Page-Strennung, ja Leute, das erste 100 Plus, ich weiß nicht, ob es weltweit ist, oder keine Ahnung, auf jeden Fall, das allererste 100 Plus, denke ich mal, im Sprach, ne, im deutschen Sprachraum, oh mein Gott, selbst der Feed hat er gemacht, und ja, ich hoffe, euch hat das Game gefallen, also die Runde, das erste 100 Plus auf Überlebende auf Endor, war nice, oder, das Gameplay, kann man nicht meckern, ich wünsche euch, noch einen schönen Tag, und wir sehen uns, ja, beim nächsten Video, oder beim Livestream, Leute, haut rein, bis, zunächst mal, so, das kommt auf YouTube, ja, das kommt auf YouTube, hast du es auch genommen, ja, ne, ja, oh nee, dann hat man meine Stimme, nimm die mal raus, geht nicht, geht nicht, geht nicht, aber, du hast wenig, äh, wir haben wenig gelabert, wir haben wenig gesnappt, Mensch, ich hätte was sagen können, dann hätte ich nichts gesagt, ja, ist doch egal, Mensch, wird doch keiner was sagen, wenn es still negative Kommentare gibt, werden die ausgeblendet, wie findest du die deutsche Map, die deutsche Map, finde ich eigentlich ganz, welche deutsche Map, finde ich nice, Leute, egal welchen Map, gibt mir alle Maps der Welt, ich hau hier ein gutes Gameplay raus. So Leute, das ist die letzte Runde leider, Epic muss schlafen gehen, leider, ich würde, ich würde locker noch bis 0 Uhr streamen, locker noch bis 0 Uhr machen, oder bis 1, in der Lobby würde ich so lang bleiben, bis die Lobby tot ist, bis ganz alt ist, keine spieler hier muss dann kann ich aber nicht du lebst um zu arbeiten von mega star wars gesammelt würde also ahnung habe ich ja eigentlich ich weiß ja eigentlich welche figuren und was auch vielleicht schon wieder